Ich kreis Anja Hallo Hallo Alles Gelesen Oh bitte Franky Go Itay Go Itay Hallo Na Hallo Na Will das einer von euch machen? Auf gar keinen Fall Du machst? Auf gar keinen Fall Warum? Ich mach das Oder zeig mir die Fragen Asu Philipp Dylka Wie gefällt es dir in Kaiserslautern? Jetzt mal bitte auf Deutsch Ja sehr schön Gefällt mir sehr gut Schöne Stadt, klein, gemütlich Passt alles Jetzt eine Frage von Marc Langestein Was waren die Hauptgründe dafür, dich für den FCK zu entscheiden? Ja nach viereinhalb Jahren Bochum habe ich eine neue Herausforderung gesucht und da der FCK abgestiegen ist und in der Regel ist es ja so, wenn ein Absteiger absteigt, ist es eine Zielvoraussetzung wieder sofort aufzusteigen und da habe ich die Herausforderung gesehen und Ja Das war einer der Gründe, warum ich mich für den FCK entschieden habe Es ebenso ein Teil zu be großen